Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Es ist Sonntag und der Pfarrer steht in der Kirche, hält eine salbungsvolle Predigt und auf einmal tut es einen riesen Schepperer. Der schwefelige Rauch steigt auf, es blitzt und es steht der Teufel vorm Altar. Der Erste, der die Kirche verlässt, der flüchtet, ist der Pfarrer. Die Gläubigen alle hinterher, nur ein kleines Mandler, verstehst du, ein kleines Mandler, also ein kleiner Mann, der bleibt in der Kirche sitzen und dann sagt der Teufel, Mandler, sagt er, sag einmal, kennst du mich nicht? Dann sagt der Mandler, doch, du bist der Teufel, sagt der Teufel, Mandler, hast du keine Angst vor mir? Dann sagt der Mandler, also der kleine Mann sagt, nein, nein, Teufel, weißt du was? Ich war 40 Jahre lang mit deiner Schwester verheiratet, von dir hab ich keine Angst mehr.